In diesem Video möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was für mich wichtig ist im Winter in Bezug auf unsere Zimmerpflanzen. Ihr da draußen habt ja das eine oder andere Problemchen und deswegen fasse ich einmal in genau drei Themen zusammen, was wichtig ist, wenn ihr zu Hause eure Pflanzen besonders gut behandeln wollt. Let's go! Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Pottblender, eurem Kanal rund um die Pflanzen. Und den Pflanzen geht es im Winter ja nicht mal ganz so gut, uns Menschen ja auch nicht. Und deswegen denke ich mir, ist so ein Video gar nicht verkehrt. Aber ich habe ja auch in der letzten Woche einmal kurz eine Umfrage gemacht, in dem ich gefragt habe, welches Video wollt ihr denn gerne nächste Woche Freitag sehen. Jetzt ist diese Woche Freitag und ihr habt euch gewünscht, dass so ein Video in Bezug auf Winter- und Zimmerpflanzen für euch besonders wichtig ist. Und deswegen starten wir auch direkt. Aber ich möchte kurz bevor wir starten einmal erklären, das, was ich in diesem Video sage, ist ganz allein meine Erfahrung, meine Meinung und ihr müsst auch nicht davon alles beachten. Wenn der eine oder andere von euch sagt, das ist mir alles zu blöd, ich mache gar nichts von den Sachen, dann ist das komplett in Ordnung. Pickt euch eure Sachen raus, die ihr gut findet. Ich werde auch viele Empfehlungen geben in Bezug auf Technik. Technik kostet. Ich weiß, nicht jeder von euch hat Geld. Ich habe auch nicht immer genug Geld. Aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, euch irgendwelche Hilfsmittel zu bestellen, dann macht das. Wenn nicht, ist auch gut. Der erste Punkt wäre Winter. Winter gleich kalt. Also was machen wir? Wir aktivieren hier einmal den Kaminofen, machen den ordentlich an, lassen den ordentlich brutzeln, drehen unsere Heizung auf und was passiert? Wir bekommen Temperatur wieder rein. Und das ist genau das Wichtige. Unsere Pflanzen brauchen eine gewisse Temperatur, je nachdem, was für Pflanzen ihr habt. Aber ich rede jetzt so mehr über das Thema Aronstabgewächse und ein bisschen delikatere Pflanzen. Also sensiblere Pflanzen, die jetzt nicht unbedingt auch bei minus 20 Grad draußen irgendwo überwintern können, sondern sowas hier. Alokasien, Monstera, Philodendron etc. Die bevorzugen eher höhere Temperaturen. Was heißt höhere Temperaturen? Ich sage einmal, so der untere Bereich wäre bei mir so 18, 19 Grad, wo ich sage, ja die Pflanze kommt da noch gut klar, hat auch noch ein gewisses Grad an Wachstum, aber viel kälter soll es dann auch nicht mehr werden. Und ich bin der Meinung, dass wenn ihr über den Winter hinweg, ja ich sage mal eine Temperatur von 20 Grad Minimum bei euch zu Hause habt, ist es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und falls ihr nicht die Möglichkeit habt oder nicht so gerne heizt im Winter, dann gibt es auch noch Alternativen. Und zwar zeige ich euch so eine Alternative jetzt einmal kurz. Und zwar dieses Ding, das hier meine lieben Leute ist eine Heizmatte, ja Heizmatten benötigen natürlich auch wieder Energie. Müsst ihr wie gesagt selber wissen, ob ihr sowas haben wollt. Aber wenn ihr bei euch zu Hause 18 Grad, 19 Grad permanent habt über den ganzen Winter hinweg und vielleicht die Möglichkeit so ein Teil irgendwo hinzulegen, dann kriegen eure Pflanzen zumindest warme Füße. Und ich sage mal im Bereich der Wurzeln ist es besonders wichtig, dass wir da eine gewisse Temperatur aufrechterhalten können. Und das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und wenn ihr beispielsweise auch eine Vitrine habt oder ein Indoor-Gewächshaus, ein Grow-Zelt, irgendwas in diese Richtung und ihr legt das Ding mit rein, ja dann hat man ja aufgrund des Platzes in so einer Vitrine auch mit geringeren Mitteln eine Temperatur erreicht, die jetzt sich komplett in diesem Raum befindet, dass die Temperatur dort auch etwas höher ist als im Rest des Zimmers beispielsweise. Weil je kleiner der Raum, umso niedriger oder weniger Energie müssen wir natürlich aufbringen, um diesen kleineren Raum auch warm zu kriegen. Das heißt, eine Heizmatte ist nicht nur unbedingt immer was für die Füße der Pflanze, also der Wurzel und dem Wurzelbein, sondern hiermit kann man natürlich auch die Temperatur im Allgemeinen in einem kleinen Raum auch höher kriegen. Das bedeutet, jetzt nicht irgendwie einen 5 bis 6 Quadratmeter großen Raum mit so einer Heizmatte beheizen, sondern ich rede hier von Vitrinen, Gewächshäuser, sowas, aber alles in einem kleineren Maß. So eine Heizmatte finde ich auf jeden Fall super, ist übrigens auch gut, wenn ihr jetzt im Winter die Möglichkeit habt, irgendwo Stecklinge zu schneiden. Dann könnt ihr das natürlich auch irgendwo auf die Fensterbank legen oder beispielsweise auch auf einer Kommode und da habt ihr dann eure Gläschen mit Wasser oder was auch immer und packt dann da eure Stecklinge rein und hierdurch habt ihr halt die Möglichkeit, dann obwohl der Raum an sich halt sagen wir mal 18 Grad beträgt, hier direkt in dem kleinen Behälter dann auch nochmal die Temperatur auf über 20 Grad zu kriegen. Also Empfehlung, das hier Heizmatte finde ich persönlich gut und möchte ich zu Hause im Winter nicht mehr missen. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal unten, wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Anbieter, ich gebe euch mal unten ein Beispiel, könnt da reinklicken, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Zum Thema Kälte gibt es noch was, was ich auf jeden Fall auch noch mitteilen möchte, denn das vergessen viele, unsere Fensterbänke, genauso wie unsere Fenster, die gehen im Winter auch ordentlich runter, was die Temperatur angeht. Das bedeutet, wenn unsere Blätter, hier so ein Blatt, das ist das Fenster, hier dieses Fenster so an diesem Blatt anliegt, dann haben wir hier ein Problem, denn hier die Temperatur ums Blatt herum, um die Pflanze herum, beträgt jetzt meinetwegen 22 Grad und dieses Blatt liegt jetzt hier an diesem kalten Fenster und so ein kaltes Fenster hat im Winter auch schon mal, also deutlich unter 5 Grad. Und dadurch kann es auch passieren, dass unsere Blätter hier Kälteschäden bekommen. Das heißt, guckt immer, ob eure Pflanzen und eure Blätter keinen direkten Kontakt zum Fenster haben, denn so vermeidet ihr auch nochmal zusätzlich Kälteschäden. Eben angesprochen, kalte Fensterbänke sind auch manchmal ein bisschen blöd. Ihr habt zum Beispiel Terracotta-Töpfe oder andere Vollmaterial-Töpfe, die halt sehr gut Kälte leiten. Das heißt, eure Fensterbank ist kalt, euer Topf steht auf dieser kalten Fensterbank und was passiert? Die Kälte kommt von draußen über die Fensterbank in euren Topf hinein. Der leitet die ganze Kälte dann in die feuchte Erde oder euer feuchtes Substrat hinein und das schädigt dann auch wieder Wurzeln. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie ein Holzstück oder Pappe oder sonst irgendwas da drunter zu packen, dann macht das auf jeden Fall. Gerade ging es um Temperatur. Ihr wisst schon, der Kamin ist an, die Heizung ballert. Was passiert hier im Raum? Ganz klare Sache. Unsere Luftfeuchtigkeit schmiert ab. Normalerweise habe ich hier durch den Sommer hinweg eine Luftfeuchtigkeit von 65 bis 70 Prozent. Jetzt im Winter, wir heizen auch noch gar nicht mit Heizkörpern, sondern alles nur hier mit dem Kaminofen und da ist jetzt schon die Luftfeuchtigkeit auf 52 Prozent gesunken. Das heißt, wir haben jetzt hier schon einen Luftfeuchtigkeitsverlust von 10 bis 15 Prozent. Und jetzt kommt meine Empfehlung dazu und zwar, wenn ihr eure Luftfeuchtigkeit dann wieder ein bisschen höher kriegen wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, möglichst energieeffizient die Luftfeuchtigkeit nach oben zu bringen. Das könnt ihr zum Beispiel bewerkstelligen, indem ihr viele Pflanzen in einem Raum habt, was ja erstmal gar nicht so schlecht ist, weil viele Pflanzen sind immer gut. Und zum anderen habt ihr vielleicht auch ein Aquarium irgendwo stehen mit einem Aquarium. Da geht halt viel Luftfeuchtigkeit über das Wasser, über die Wasseroberfläche heraus. Es verdunstet quasi und verteilt sich so im Raum, sodass eure Luftfeuchtigkeit da auch wieder positiv beeinträchtigt wird. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel das Aufstellen von Behältnissen, wie zum Beispiel Tassen oder Porzellanschüsseln, die ihr dann mit Wasser füllt und die dann entsprechend auf eure Heizmedien stellt, wie zum Beispiel hier an so einem Kaminofen oder auf Verheizung. Da ist das gleiche Prinzip vorhanden wie im Aquarium. Das heißt, das Wasser verdunstet und wirkt sich dadurch positiv auf eure Luftfeuchtigkeit in dem jeweiligen Raum aus. Und neben dieser energiearmen Variante gibt es natürlich auch eine Variante, die natürlich Energie benötigt. Das sind sogenannte Luftbefeuchter. Ich glaube, viele von euch da draußen haben schon Luftbefeuchter. Die gibt es einmal einen kleinen, die gibt es einmal einen groß. Ich beispielsweise habe zwei, die auch bei mir tatsächlich nur und wirklich nur dann laufen, wenn meine Luftfeuchtigkeit komplett abschmiert. Das ist einmal ein klein, den ich habe. Ich verlinke euch den auch nochmal unten. Den habe ich zum Beispiel in meinem Pflanzenzimmer. Bei einem Pflanzenzimmer sind wirklich wenig Quadratmeter, ich glaube, das sind im Moment sechs Quadratmeter, wenn es hochkommt. Und da reicht so ein kleiner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meinem Wohnzimmer bin, mein Wohnzimmer ist offen in Richtung Küche, Richtung Flur. Und ich sage mal, um da die Luftfeuchtigkeit hochzukriegen, da bedarf es schon einer etwas größeren Variante. Da kommen dann zum Beispiel auch acht Liter Wasser rein. Und das Ding läuft dann komplett so, dass es die ganze untere Etage dann hier auch locker zehn Prozent höher in der Luftfeuchtigkeit kriegeln würde, als ohne, dass das Ding läuft. Verlinke ich euch auch nochmal gerne unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, da gibt es auch so viele verschiedene Varianten. Da gibt es auch noch so ein paar Sachen, die wichtig sind. Also diese, die ich jetzt unten verlinke, sind so, dass ich sage, die haben jetzt die wichtigsten Merkmale in sich. So, dass ich sagen kann, die kann ich euch auch empfehlen, ohne dass ihr damit größere Probleme haben werdet. Auf jeden Fall ist es da auch wieder kein Muss, sowas zu haben. Wie gesagt, wenn eure Luftfeuchtigkeit noch über 50 Prozent ist, über den gesamten Winter, trotz Heizung, trotz Kaminofen, ist es auch in Ordnung. Mit 50 Prozent kommen viele Pflanzen klar, nicht alle. Wie gesagt, ist eine Sache, die ihr zu Hause abwägen müsst, ja oder nein. Ich meine, so ein Ding kostet ja auch wieder was. Entscheidet einfach selber. Kommen wir jetzt zum Themenpunkt Nummer drei. Für mich nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer besonders wichtig, denn ohne Licht geht gar nichts. Der Winter, die kalte und dunkle Jahreszeit und deswegen ist es wichtig, gegen die Dunkelheit ein bisschen vorzubeugen. Das bedeutet, wenn wir die Möglichkeit haben, unseren Pflanzen etwas mehr Licht zu kriegen und wenn wir natürlich auch wollen, dass unsere Pflanzen durch den Winter hinweg auch noch anständig wachsen, dann ist nicht nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit wichtig, nein, Licht ist da fast sogar noch wichtiger. Ja, wichtiger kann man nicht sagen. Alles zusammen ist natürlich sehr wichtig, aber mit Licht kriegen wir natürlich nochmal ordentlich Wachstum generiert. Und welches Licht ich euch da empfehle, das zeige ich euch jetzt. Nein, liebe Leute, das ist kein Lichtschuss. Das hier, liebe Leute, ist meine klare Kaufempfehlung. Die Sunlight Flex 10. Die ist auch noch richtig geil verarbeitet. Nicht nur, dass ihr hier die Möglichkeit habt, ein weiteres Lichtlein anzubringen, nein, die ist auch sehr flach. Ihr habt hier oben direkt Konstruktionsstege, damit ihr diese Lampe auch entsprechend in verschiedenen Winkeln, zum Beispiel in einer Vitrine anbringen könnt oder beispielsweise in einem Regal. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, dann einfach mehrere Lampen in Reihe schalten. Und diese Lampe ist von den Lichtspektren so angepasst, dass die hier euren Pflanzen auf jeden Fall das optimale Wachstum geben können. Diese Lampe ist natürlich auch nicht ganz günstig. Die kostet, glaube ich, aktuell 59 Euro. Ich gucke mal, ob man da noch hier die Möglichkeit hat, einen Gutscheincode rauszuhauen. Falls ja, blende ich euch das jetzt einmal hier unten ein. Und den Link zu dieser Lampe, den bekommt ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und wir kommen jetzt zu der nächsten Lampe. Jetzt kommen wir zu der Kaufempfehlung Nr. 2 in Bezug auf Lampen. Und zwar ist das hier die Cosmoro. Die ist jetzt hier in der Doppeldecker-Variante auch wieder sehr hell. Die ist in der Doppeldecker-Variante, weil ich hier einfach zwei verschiedene Lampen habe, die zwei unterschiedliche Spektren bedienen. Das bedeutet, mit dieser Lampe habe ich, ähnlich wie bei dieser Lampe, auch wieder meine Spektren bedient, die meine Pflanze braucht, um anständig zu bewurzeln, zu wachsen, etc. Und hier ist es halt nur eine. Übrigens, die läuft mit IP68. Die hier ist IP65. Das heißt, ihr könnt beide Lampen auf jeden Fall ohne Probleme in euer Gewächsraum stellen. Selbst wenn da eine Luftfeuchtigkeit ist von 100%, das macht diesen Lampen überhaupt nichts aus. So, diese Lampe, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Kostet ja auch ungefähr 30 Euro pro Lichtelement. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal unten. Könnt ihr auch nochmal gerne reinschauen. Der Link zu der Seite Garten Eden. Die haben vieles Hightech-mäßiges im Shop vorhanden. Gerade auch was Dünger angeht, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich werde übrigens in der nächsten Zeit nochmal ein extra Video machen zu den jeweiligen Lampen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu meiner dritten Kaufempfehlung. Also, sowohl die Sunlight Flex 10 als auch die Cosmoro Lampen von gerade eben, die sind halt sehr flach verarbeitet. Das bedeutet, ihr könnt die in einem Regal einfach hineinhängen, ohne dass jetzt irgendwie so viel Platz da flöten geht. Anders sieht es dann aus wie dabei dieser hier. Das hier, die kennt ihr ja schon, wenn ihr diesen Kanal schon länger verfolgt. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Die hat halt den Vorteil, die macht richtig Bums. Die hat auch mehr Watt als die da unten. Und wie viel Watt? Ja, die gibt es beispielsweise in 28 Watt. Ja, da ist es noch ungefähr vergleichbar. Die gibt es aber auch hier mit 40 oder mehr. Ja, und da habt ihr einen etwas anderen Leuchtkörper. Ich zeige es euch mal eben kurz. Da ist der Schinken. So sieht das Ganze aus. Ich mache das jetzt nicht an. Falls ihr die auch nochmal in Betrieb sehen wollt, verlinkt euch auch nochmal gerne unten in der Videobeschreibung das Video, in dem ich die hier schon mal vorgestellt habe. Das ist jetzt die 38 Watt Variante. Mit dieser Lampe könnt ihr auf jeden Fall eine Lampe anbringen, die jetzt natürlich von der Höhe her nicht optimal ist für beispielsweise ein Pflanzenregal oder ein Gewächshaus oder beispielsweise einer Vitrine. Aber wenn ihr eure Pflanzen beispielsweise in einer Ecke irgendwo dekoriert habt oder irgendwie so eine Pflanzenecke habt, dann könnt ihr die natürlich auch einfach in einer E27-Fassung hineinschrauben und dann relativ weit oben einfach von oben herunterscheiden lassen. Weil der Lichtkegel hier, der wird dann auch so groß, bis er unten ankommt, dass viele Pflanzen gleichzeitig hierdurch bestrahlt werden können und gleichzeitig ist die Pflanzenlampe dann auch entsprechend dann so stark gewählt von euch, dass das Licht, was unten ankommt, auch noch so stark ist, dass eure Pflanzen dann das Optimum an Licht haben. Das hier, meine Lieben, ist eine Kokolila mit 110 Watt, das bedeutet hier ordentlich Wumms, ist ein sogenanntes Pflanzenlichtpanel, läuft natürlich auch über LEDs. So, wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt einmal kurz. So sieht das Ding aus. Hier sind auf jeden Fall eine Menge LEDs vorhanden. Hier oben ist quasi das Lichtgerät, was hier ordentlich Power macht. Und das Ganze wird hier ganz normal betrieben mit einem Stecker. Und aufgrund der Stärke dieser Lampe kann man die natürlich auch wunderbar in einer etwas höheren Position anbringen. Und der Strahlungswinkel hier ist auch wieder sehr groß. Kostet, glaube ich, ich verlinke es euch lieber unten, bevor ich hier irgendwas Falsches sage, der Preis ist auf jeden Fall auch in Ordnung, denke ich. Gerade wenn man überlegt, dass unsere Pflanzen ja teilweise so schon einen Wert von 100 Euro, 200 Euro, manche haben auch solche Pflanzen stehen, die kosten bald über 1000 Euro. Von daher denke ich, es ist eine Pflanzenlampe, die ungefähr um die 60 Euro kostet. Und auf jeden Fall auch noch was, was man sich leisten kann, nicht muss. Und die hier kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist jetzt die zweite, die ich habe. Die habe ich mir noch nicht angebracht. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch einmal unten in der Videobeschreibung. So, das war es jetzt mit diesem Video. Die drei wichtigsten Dinge für mich und auch vielleicht für euch. Wie gesagt, pickt euch eure Sachen raus, die ihr auch als wichtig erachtet. Und dann würde ich sagen, guckt gerne nochmal hier in dieses Video rein. Denn hier geht es um ein ähnliches Thema, was wir jetzt hier auch schon mal besprochen haben. Und wenn ihr Lust habt, klickt auch nochmal hier unten in dieses Video rein. Da wird dann auch nochmal was erklärt, was vielleicht auch nochmal wichtig ist für euch. Nicht nur für den Winter, sondern auch für den Sommer.